hallo und willkommen zu minecraft skywars heute mal paar themen die ich ansprechen möchte zum ersten kommen wir mal ace trailer von stephen king habt ihr den gesehen alter alter richtig krass ja früher gab es schon und wenn ihr euch den trailer anschaut bitte seit 16 nicht drunter denn man da kommt jetzt jemand so nervig auf jeden fall ja es trailer es gab schon früher als kind wo ich ein kind war ist jetzt gleich da ja genau es trailer gab es gab es damals schon 12 schrecklich habe ich als kind angeschaut und ja jetzt neuer richtig nice freue mich dann habe ich das thema schaut euch den trailer richtig nice aber bitte erst ab 16 so eine angel habe ich jetzt auch gemacht dann wollte ich mal einfach nur sagen die abonniert leon marscher denn was der abzieht gott ist einfach das letzte ein bisschen vorher spielen hier ja 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 einfach das letzte der tipp deswegen einfach die abonnieren jeder wo dieses video sieht die abonniert leon marscher wenn ihr ihn abonniert hat was ich sowieso nicht verstehe okay runde gewonnen dann in der nächsten runde werde ich dann wahrscheinlich das dritte thema mal ansprechen schon das geht heute ziemlich schnell so das dritte thema was ich habe ist abonniert mich nein spaß das dritte thema ist youtube bald nicht mehr möglich ja genau youtube bald nicht mehr möglich wegen den landesmedien anstalten mann ich kann gar nicht so richtig in fahrt medien landesmedien anstalten jetzt habe ich es ja deswegen für mich bald nicht mehr youtube möglich sein vielleicht weil er kommt schon auf mich zu dann werde ich mal ein assassiner sein wenn sie wohl rundfunk gebühren für youtube einführen das bedeutet für viele kleine youtuber das ende weil man kann das nicht zahlen ist ja wirklich gerade runtergefallen der ist runtergefallen ist runtergefallen ja schreibt mal in kommentare wie ihr die themen findet was ihr zu den themen sagt ace trailer leon marscher einfach scheiße und wenn youtube nicht mehr möglich ist lasst einen daumen nach oben da und abonnieren bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal